Jetzt, Ende. Das ist der Film-Song. Ja. Da, Kasten. Schaust du an, die Ravenclaws? Schaust du an? Die Ravenclaws sind ja richtig schlau. Richtig schlaue Ravenclaws hast du hier. Schau mal hin. Haffelpuff ist nicht so blöd wie die. Es ist Kanan, Alter. Das ist einfach Kanan mit Brille. Können wir euch bitte sagen, dass das Kanan ist? Das ist Kanan. Osric ist Kanan. Kanan, du hast es in den Spiegel geschaut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, die Bank war sehr alt und ich wollte nicht, dass da irgendwas zerbricht. Ich hab ja einige Vorfälle mit der Bank, stimmt. Vorfall! Okay, ja, ja. Das kann ich vorstellen. Ich hab schon öfters die Beschwerden gehört. Das sind irgendwelche Holzspritter in den Hosen der Leute. Ne, das muss nicht sein. Ne, 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 ne. Ich bin ja auch schon mal mit meinem Arm irgendwie. Ja, ja, genau das. Achso, ja. Grüß Gott. Da ist der Hund, ja. Soll man dazu sagen? Natürlich. Ich bin kein Hund. Kopf ab. Wir soffen vorhin nur so. Ähm, ähm, ähm. Hallo? 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 What the fuck? Elf, nee? Was hast du da in der Hand? Ist es ein Diegel? Ist es wirklich ein Diegel? Ja. Ja, hier guck, warte. Magic. Miiiii. Tinelang, absich. Miiii. Mit. 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 Mitredatisation. Bro, Minecraft AP ist so goofy. Alles klar, Bratpfanne. Wenn Bratpfanne 07 das sagt. Ja Leute, dann würde ich sagen, beenden wir den Stream. Bratpfanne hat gesprochen, Minecraft Roleplay ist richtig bescheuert. Wir gehen aufs Spiel beenden, ich mach meinen Stream aus und mach was Vernünftiges. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Meanwhile ... Vielleicht? Das ist doch das Streichquartett von Boccerini. Das ist doch hochwertige Brüder, und ich glaube, eine tolle Haube. Ich hätte gern ein Haus in einem der umliegenden Wörmung. Ich habe mir wohl einen Streichquartett von Boccerini. Ah, jo Martin, der ist nur für dich, oh Martin, jo Martin, jo Martin, jo, ah, ah, das ist ein Stirnband, das setz ich manchmal auf, ich kann euchs auch nicht erklären, ich bin halt zu gut drauf, und der Martin besucht mich nächstes Wochenende, danach brech ich in den Kopf, und dann die Hände, jo. Bis bald, oh Fisch. Oh Gott, das hab ich jetzt nicht laut gesagt. Bis bald, oh Fisch.